So, nach langer Zeit kommt von mir auch mal wieder ein Aufgabenvideo, beziehungsweise überhaupt mal wieder ein Fortnite-Video. Worum geht's? Ganz einfach, 75.000 XP, geheime Missionen. Aber bevor wir dazu kommen, ich werde es euch gleich natürlich zeigen, wie ich das am besten machen werde, weil selbst habe ich es auch noch nicht gemacht. Ich habe neben mir nur mal ganz schnell geguckt, ob es überhaupt funktioniert. Nicht, dass es wieder verbuggt ist, weil wir kennen ja Fortnite. Aber bevor wir dazu kommen, erst mal kurz was in eigener Sache. Ihr wisst ja, dass ich auf Twitch immer am Streamen bin. Denn, wie gesagt, Link ist in der Videobeschreibung. Einfach mal vorbeischauen, gerne ein Follow da lassen. Natürlich hier auch, gerne ein Abo da lassen, Like da lassen. Würde mich natürlich unterstützen. Aber worum geht's? Ihr könnt bei mir ziemlich einfach eigentlich einen Skin gewinnen. Was müsst ihr dafür tun? Ganz einfach. Ihr müsst nur mit mir zusammen eine Runde Duel starten. Ich werde mich umbringen. Ihr werdet den Sieg holen. Schon kriegt ihr von mir einen 800 V-Bug-Skin. Also, einfach mal am Stream vorbeischauen. Wird euch auf jeden Fall lohnen. Dann, ihr kennt, wer auf Twitch aktiv ist, weiß das Ganze. Es gibt ja Kanalpunkte. Da haben wir zur Zeit auch, wenn wir zusammen 100.000 Kanalpunkte gesammelt haben, hau ich auch einen 800 V-Bug-Skin raus. Also, in dem Sinne, gerne mal auf Twitch vorbeikommen. Wie gesagt, Link ist in der Videobeschreibung. Einfach mal ein Follow da lassen. Und einfach mal am Stream vorbeischauen. So, jetzt kommen wir mal zur Aufgabe. Ihr wisst ja, bei mir werden eigentlich alle Aufgaben in Gruppenkeile gemacht. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt mal rein. So, natürlich nicht auffüllend. Kein Bock, dass mich irgendeiner vollquatscht. Ihr kennt das Ganze ja. Und sagt mal selber, wie findet ihr das Overlay? So, mit den ganzen Szenen und alles. Ich hatte ja schon ein Video darüber gemacht, wo ich dann nochmal gesagt habe, dass ich jetzt auf Twitch live bin. Und hast du nicht gesehen. Also, ich bin eigentlich so zufrieden. Jetzt so nach ein paar Tagen auch ausprobieren. Die Alerts funktionieren alle auch einwandfrei. Also, es ist wirklich auf jeden Fall eine Bereicherung vom Stream. Und so, die alle, die so im Stream dabei waren, haben auch gesagt, es ist vollkommen in Ordnung, passt. Also, ich würde sagen, lohnt sich auf jeden Fall. Ist natürlich nicht so kostengünstig in dem Sinne. Aber, denke ich mal, geht auf jeden Fall klar. So, was ist an der Aufgabe auch so speziell? Wir könnten die Aufgabe ausnahmsweise mal an zwei Orten gleichzeitig machen. Also, egal wie die Route ist, ist es egal. Weil meistens, wisst ihr, entweder fliegen wir so oder fliegen so. Beziehungsweise so. Gerade nicht so einfach. Aber, wo müssen wir hin? Merkt euch einfach. Pleasant Park und Retail. Wow. Bietet sich einfach am einfachsten an. Ich werde jetzt natürlich erstmal zum Pleasant Park gehen. Einige von euch werden es vielleicht schon wissen, weil ich habe es schon gesehen. Ich bin einen Tag zu spät. Aber, wie gesagt, ich habe mir mal geguckt, was es so ein Fortnite überhaupt noch gibt. Und das wäre immer wieder so eine Aufgabe. Die kann man eigentlich auch mal manchen zeigen. Es gibt immer wieder Leute, die meinen Kanal abonniert haben, aber die Aufgabe dann doch nicht wissen. Ist einfach aus Erfahrung. Deshalb, ich zeige euch das Ganze mal. Worum geht es? Richtig. Die Sträucher zerstören. Insgesamt, wenn ich das richtig mitbekommen habe, 10.000 Stück. Welche Sträucher sind gemeint? Richtig. Genau die hier. Wie ihr seht, sieben Stück habe ich eben schon gesammelt. Gerade noch ganz entspannt die Kiste mitnehmen. So, dann haben wir nämlich den Strauch. Den Strauch. Also es ist wirklich so simpel. Und kann man eigentlich wirklich auch beim normalen Spielen, man muss es nicht auf Krampf jetzt machen, so wie ich es jetzt gleich machen werde, wahrscheinlich. Sondern man kann es einfach nebenbei machen. Man merkt sich einfach genau die Sträucher und zack, hat man es eigentlich. Da holen wir den noch mit, den noch mit. Dann habe ich hier noch meine Zwerge. Die habe ich mich auch noch nicht gefunden. Weil ihr seht ja auch an meinem Level. Also Fortnite, ich habe jetzt COD lange Zeit ausprobiert, aber im Endeffekt besser Battle Royale Modus. Gefühlt halt leider immer noch Fortnite. Ich habe gedacht, ach komm, probieren wir was anderes aus. So langsam müsste eigentlich auch mal wieder der Countdown kommen, beziehungsweise der Zähler von der Aufgabe. Aber irgendwie, na, kein Bock. Aber ich gehe natürlich hin und hole erstmal alle hier weg. Zack, zack, müsste eigentlich gleich mal wieder weitergehen. Weil wir wissen ja, Fortnite braucht immer 100 Jahre, bis man mal wieder anfängt, irgendwas zu zählen. So, ihr seht ja, guck mal, wenn ihr das wirklich macht, ist es eigentlich, also einfacher kann man eigentlich keine Wii-Box haben. Ach, Wii-Box sah ich schon. Ich bin immer nur auf Wii-Box fixiert. Einfacher kann man eigentlich keine XP derzeit haben. Ach, hier ist der zweite. Habe ich nämlich die Aufgabe auch schon fertig. Also wenn ich die Zwerge noch nicht hatte, hier sind die anderen zwei. Zack, den Strach noch mit. Und wie gesagt, die sind ja überall, diese Sträucher. Also hauptsächlich, wenn ich es so richtig gesehen habe, die meisten gehen halt wirklich Pleasant Park oder eben nach Vietag. Da bietet sich das halt eigentlich am besten an. Wie man natürlich eine eigene Route entwickelt. Ja, muss mal gucken, ob man wirklich einmal außenrum geht oder einfach mal, keine Ahnung, so random mitholen. Also ich denke mal, einigen wird das bestimmt gefallen. So, gehen wir mal weiter. Boah, ich bin so nervös, ne? Das ist so komisch. Ich habe bei euch schon so viele Videos gemacht, was Aufgaben betrifft. Aber gucklicherweise vor dem Video wieder... Ah, siehste. Da, wie bleiben wir jetzt? 40. Also zählt es auf jeden Fall weiter. Wie gesagt, ich werde hier wohl einmal im Kreis gehen. Gucken, wann die Zone da ist. Aber bis jetzt sieht es ja tiefenentspannend aus. So, da haben wir schon 45. Wo ist die Endzone? Okay, die ist in der Mitte. Was ich halt so gesehen habe, hier die zählen nicht, weil die geht ja auch nicht kaputt. Dann die großen Büsche, Hecken und so ein Kram. Funktioniert auch nicht. Ich würde mich halt wirklich größtenteils nur noch auf hier die konzentrieren. Also da einfach die mit im Blick haben. Die einfach nebenbei beim Spielen mitholen. Ihr seht ja, wie viele hier rumstehen. Gut, 10.000 Stück. Ist natürlich eine Menge. Aber, ich denke mal, für 75.000 XP am Ende wird sich das Ganze schon lohnen. So, wie viele haben wir jetzt? 50 haben wir schon hier die Runde. Gut, wie viele hatte ich es? Sieben Stück hatte ich am Anfang. Also, das geht eigentlich recht zügig. Zack, zack. Ja, die, ich weiß nicht, ob die zählen, aber ich hole jetzt einfach mal alles mit. Ich meine, es kann ja nicht schaden. So, dann wissen wir hier eigentlich schon. Ah, ne, hier ist noch einer. Ja, ihr wisst ja selber, ein Gruppenkeile, irgendeiner schießt immer auf einen. Warum weiß er wahrscheinlich selber nicht. Hören kann er mich ja nicht. So, dann sind wir hier eigentlich durch. Ich würde sagen, gucken wir uns das Ganze noch mal in Retail Row an. Wie gesagt, ich habe selber noch nicht geguckt. Ich habe nur mal geguckt, wo sind die anderen so gelandet. Und aus dem Grund, wie gesagt, ganz tiefenentspannt. Ich mache mir doch jetzt gar keinen Druck. Ich sage ja, ich weiß nicht, spielt ihr noch Fortnite richtig mit Hardcore-Leveln oder einfach nur so Larifari? Weil ich weiß ja noch zur damaligen Zeit, was weiß ich, so Season 6, 7, 8, da hat man ja hochgesuchtet, auch die letzten Holo-Skins und was es alles gab. Aber ich sage ja, ich habe einfach andere Spiele ausprobiert. Ich habe es auch mit FIFA probiert, ein paar von euch haben es ja mitbekommen. Aber irgendwie fehlt da überall so der richtige Anreiz. Also es wird echt Zeit, dass mal wieder irgendein Spiel rauskommt, was halt, es muss auch nicht so sein wie Fortnite, aber was so selber das Suchtpotenzial so hoch bringt. Aber ich muss ja sagen, Fortnite entwickelt sich auch wirklich immer weiter. Mal positiv, mal negativ. Eigentlich ist es aber wirklich inzwischen für jeden mal irgendwann was dabei gewesen. So, gehen wir nochmal in Gruppenkeile, gucken, ob wir nach Retail kommen. Und wie gesagt, wer noch keinen Like da gelassen hat, gerne einen Like dalassen. Wer noch nicht auf Twitch ist, gerne einen Follow dalassen. Würde mich natürlich freuen. Die anderen würden sich auch freuen, weil desto mehr Leute wir sind, desto interessanter wird das Ganze natürlich. Und eventuell schaffst du sogar noch einen Skin zu erspielen oder bist rein zufällig bei der Verlosung dabei und kannst so natürlich auch noch ganz entspannten Skin mitholen. So, mal gucken, ob wir diesmal schneller reinkommen. Ah, siehste. Nächste Route geht dann hier hin. Gut, hier auf der Route könnte man sich jetzt auch so... Dann geht mal Pleasant Park oder geht mal Retail. Muss man dann halt einfach für sich selber entscheiden. Aber ich würde sagen, in Pleasant Park waren jetzt wie viele? Sagen wir mal grob, ja, 50 waren da. Bin jetzt mal gespannt, wie viele in Retail sind. Ist natürlich auch die Frage, wie viele jetzt mit mir mitkommen. Man kann das Ganze natürlich auch im Solo-Modus machen, aber wir wissen selber, ja, Retail und Pleasant Park ist ziemlich gut besucht. Also ich würde wirklich Gruppen keinen empfehlen. Ohne wenn und aber. Beim Busfahrer bedanken wir, ist inzwischen schon so irgendwie drin. So, gehen wir nämlich mal hier runter. Wie gesagt, ich habe es mir halt noch nicht angeguckt. Also ich denke mal, auch hier mal außen rum, einmal durch jeden Vorgarten gesprungen und gut ist. Und halt auch generell, die Sträucher sind ja überall. Wie man sieht, da unten ist schon einer. Holen wir uns den erstmal gerade mit. Weil wenn ich sehe, ja, ich bin alleine hier. Das ist sehr gut. Und dann haben wir nämlich hier schon einen. Können wir mal grob mitzählen. Na, wenn ich so überlege. Ich glaube, den packst du echt am besten. Einen, zwei, drei. Die zählen ja nicht, aber die kann man sich natürlich auch mitholen. Das ist natürlich auch XP. Ich glaube, bei vier sind wir jetzt. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Sieben. So, dann haben wir hier noch einen. So, dann haben wir acht. Neun. Ihr habt euch gesehen, hier oben ist noch einer. Zehn. So wenige sind hier nicht. Elf. Zwölf. Drei, zehn. Vierzehn. Fünfzehn. Sechzehn. Siebzehn. Achtzehn. Neunzehn. Zwanzig. Einundzwanzig. Ich würde fast behaupten, dass es hier so weitergeht. Gibt es denn hier aber mehr? Zweinzwanzig meine ich. Hier ist nichts mehr. Zweinzwanzig. Ja. Hallo? Zweinzwanzig. 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 Wie gesagt, hier die Büsche zählen nicht. Also da braucht ihr gerne drauf gucken. Ich würde mich einfach nur auf hier konzentrieren. Ich glaube, das sind wir bei siebenzwanzig. Siebenzwanzig sind hinten welche? Nö. Ah. Ich glaube, dann sind es hier doch weniger. Jetzt bei siebenzwanzig. Hier ist nur Stadt. Hier sehe ich jetzt auch nicht wirklich einen. Da sind nur normale Büsche. Weil wir sollen ja Sträucher wegholen. nicht mehr. 28. Uh. 28. 29. 30. Je nicht. Noch kein Busch. Lass mal ein bisschen Metz mitholen, damit ich direkt schnell da hinten bin. Ach, Schwachschilden muss man auch schon wieder treffen. Ich sage, es gibt zu viele Aufgaben inzwischen. Bam, 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 bam. Da war zwar noch einer. Warte mal, wo waren wir jetzt? 27? 28? Ich zähle einfach mal so, wenn ich mich verzählt habe. Schreibt es in die Kommentare. Man kennt mich. 27. 28. Hier ist nix. Hier ist auch nix. 29. Ah, hier sind noch einige. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Zack. Nochmal 15.000. Das ist 36. 37. Oh Gott. Ich bin so alt, ich kann mich nicht mehr zählen. 39. 40. 41. 42. 43. 41. Den hatte ich glaube ich schon. Oder? Ah, XP Münze. Nehmen wir auch mit. 44. Ich hoffe, keiner hat mitgezählt. Scheiße. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe gerade echt keine Ahnung, wie viel wir sind. Zack. So, ich würde sagen, da habt ihr noch einiges gesehen. Haben noch zwei Zwerge mitgeholt, die ich noch übrig hatte. Ach, da hinten sind ja auch noch welche. Zwei Zwerge mitgeholt. Die blaue XP Münze schmeckt natürlich auch. Haben wir hier auch noch welche. Aber ich glaube insgesamt sind hier vielleicht zwei, drei mehr, würde ich jetzt behaupten. Die noch. Ah, hier ist noch einer. So, dann sind wir da hinten noch. Ohne interessiert uns nicht. Aber dann müssten wir eigentlich alle haben. Außer hier oben noch. Da war ich glaube ich nicht. Ah, siehste. Ah, doch. Zahlenmäßig ist doch mehr in Retail Row. Zahlenmäßig. Oh, da ist ja auch noch einer. Ach, noch zwei. Stimmt, ich bin hier hinten hergegangen. Gucken, ob hier nochmal sie ist. Nase juckt auch. So, das wird es aber gewesen sein. Wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Gerne ein Follower lassen. Gerne auf Twitch vorbeischauen. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein. ARD Text im Auftrag von Vielen Dank.